So meine lieben Freunde, es geht in Bowsers letztes Level, beziehungsweise Bowser 3 und der Vendetta muss jetzt, damit er alle 120 hat, muss er da jetzt die roten Münzen sammeln. Hier war doch auch so ein endlos langer Gang, oder? Nee, war nicht. Kann ich in das Bild springen eigentlich? Habe ich nie versucht. So, wir machen hier ein Quick Save, weil darum geht es jetzt. Bowsers letzte Schlag. Huhu, immer Start drücken. Oh, das war ja mal schlecht. Nö, 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 nö. Ach du Scheiße. So. Okay, da sehe ich keine weitere rote Münze. Nimm das, Fiesling. Ah, scheiße. Nimm das, Fiesling. Achso, hier geht es ja gar nicht um 100 Münze. So. Man kann ja trotzdem alles mitnehmen. So, hier sehe ich auch keine weitere rote. Mal hier kurz gucken. Äh, der sehe ich auch nicht. Oh, doch da. Jetzt auf der Seite was? Nein. Einer, Jungs. Oh. Fuck. Gut, das war ein Speicherpunkt hier. Nee, hier sehe ich auch nichts Rotes. Das ist doch scheiße. Warum, ähm, speichere ich nicht mal, nachdem ich die rote Münze habe? Eie, äh, äh. So. Machen wir es so. Scheiße auf das Leben. Hab ich hier genug. So, hier gucken. Ich sehe nichts. War mal da. Ich glaube, man hier auch die 100 zusammenkriegt. Hier sehe ich auch nichts Rotes. Das finde ich sehr merkwürdig. Ach Gott, komm schon. Alter. Hinter ihm ist auch nichts Rotes, ne? Ich gucke extra hier links unten. Ähm, da wo gerade Feuer geschossen wird. Ja. Oh Mann, fuck. Fick dich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber können wir auch hier speichern. Äh, wieder laden. So, machen wir es so. Zack. Auch nichts Rotes. Ah, da oben geht es jetzt weiter mit roten Sachen. Sollen wir mal gucken? Nein, das ist ein Herz. Na ja, einfach hier hochlaufen. Einer. Bam. So, da sehe ich nur eine Rote und die ist oben drauf. Das war dumm. Da sollte man erst warten, dass der Schlitten kommt. Okay. Okay. Warten wir mal. Sehe ich sonst was Rotes hier? Nein. Okay. Scheiße, doch. Da ist was. Bei der Stange. Aber die kann ich auch oben holen, wenn ich das richtig gesehen habe. So. 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 Wow. Zapp, 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 zapp. Ich sehe immer noch keine Ruhe. Ach, leck mich doch. Anuskind. Ah. So macht es mir Sinn. So. Auch nichts. Hm. Hoffentlich ist sie dahinter, sonst habe ich gleich ein arges Problem. Scheiße, mir fehlt eine rote Münze. Ah, ha, ha. Ha, ha, ha. Meine lieben Freunde, habe ich schon, habe ich schon, ha, ha, ha gesagt? Alter, beinahe wäre ich den ganzen Scheißweg zurückgelaufen. Nimm das, Bumba, jo. Oh. Und das ist er. Der 120. Stern. Yeah, Baby, 120 Sterne. Damit ist das Spiel, also bis auf Bosa, den ich jetzt platt machen muss, geschafft. Ich mache hier eine Safung. Das gibt es ja gar nicht. Boah, war das anstrengend. Ey, wie viele Wochen habe ich bitte als Kind daran gesessen? Mario, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty schon. Bist du da? Achso. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf dem E... Hä? Ich bin auf ewig der Herrscher beschlossen. Die Musik hier, die war so spooky. Das weiß ich auch noch. Das ist so mega spooky. Ach, falsche Tasten. Nein. Oh, schade. Jetzt bin ich auf beide Tasten gekommen. Jetzt springt er hoch, ne? Springt er hoch. Ja. Er strömt mich. Komm her, Spacken. Oh, toll. Da wurde ich verbrannt. Ich brauche Münzen. Ich stelle mich aber auch selten dem nicht an gerade. Alter, ich werde doch jetzt nicht bei Bosa drauf gehen. Ich bin sie immer wieder. Ey, ich habe das. Ich habe das. Ich bin einig. Ich bin einiger. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin ja. Ich bin einig. Ich bin nicht der. Ah, ne, das passt auch nicht. Komm her. Ben einfach zu mir. Ben, komm, lauf. Komm, lauf. Alter, warum? Oh, da war zu wenig Schwung hinter. Ich brauch, ich brauch Energie. Oh, da gibt's ne kleine Energie mehr. Oh, alter. Ja, du gescheuertes Scheißvieh. Komm ran. Das gibt's nicht. Scheiße, es tut mir echt so leid, Leute. Ey, warum brauch ich denn bei Bowser so lange? Ach, shit, das hätte ja auch eigentlich ein neues Video gemusst, aber wisst ihr was? Das ist jetzt Quatsch. Ich wollte ja für jeden Stern einbieten. Ah, die blauen hinterlassen Münzen, oder was? Komm her, jetzt. Ja, komm, lauf. Ja, komm, lauf. Oh, nein. Oh, nein. Komm, es ist jetzt mal ran. Oh, nein, eigentlich. Oh, nein, eigentlich. Also genau in dem Moment, wo er drauf ist. Nicht Feuer, weil irgendwie der Schwung, sondern wirklich genau der Moment, wenn er in die Richtung zielt. Oh, nein, das war zu schwach. Okay, 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 da sehe ich ja einen Fehler. Den Fehler sehe ich wirklich mal ein. Sehr kirchlich angehoffte Mucke, ey. Ah, scheiße, hat es mich wieder gerissen. Fakt, ich behebe ich. Super. Oh, Mann. Warum ist denn das gerade so kack schwer? Das war es doch früher nicht. Okay, diesmal war bitte wichtig. Nein! Scheiße, ich brauche Energie. Jetzt aber. Yes! Einmal. Ich habe es geschafft. Oh Gott, war das nervig gerade. Ich glaube es nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige meiner, äh, bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Äh, in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ah, ah, ah. Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde so lang bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Das sagt man doch nicht. Und hier kriegt man dann den Hinweis, dass es echt noch 120 gibt. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ich bin der Coolste. Uh, uh, uh. Gott, wird das ein Spaß, das alles hochzuladen. Oh, Mario. Da oben ist Yoshi. Der wäre jetzt noch nicht da, aber ich habe ja die 120 Sterne. Sonst wäre Yoshi, glaube ich, nicht auf dem Dach. Oder ist er dann trotzdem auf dem Dach? Ich weiß es nicht. Achso, ich kann nicht steuern. Oh, okay. Warum heiraten die beiden eigentlich endlich? Oh, da sieht sie aber sehr, sehr chinesisch mal aus. Also jetzt nicht mit den großen Augen, aber. Wie macht der Sterne-Rotil ja sicher im Schluss? Dass sie überhaupt eine Stimme hat? Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, Mario. Warum? Oh, eine Überraschung. Er reißt sich den Arsch auf, wurde zerquetscht, ist in Lava gefallen, wurde vernichtet, ja. Mehrfach, wurde gefressen, wurde... Ist aus großer Höhe gefallen. Lass uns einen leckeren Kuchen backen. Für Mario. The cake is a lie. Ähm, jetzt kriegt er einen Kuchen. Für all diesen Rotz, den er durchgemacht hat, gibt's einen Kuchen. Ein Küsschen auf die Nase. Äh. So, jetzt obligatorischer, äh, Abspann, den gibt's ja immer. Shigeru. Shigeru Miyamoto. Ja. Das ist, äh, fucking brain, der Typ. Also jetzt ehrlich jetzt, ne? Also, ohne Flachs. Richtig guter Mann. Ach, Mensch, beide da, so wird auch nicht besser. Ich schwuchtel hier einen. So richtig ab. Ja, mitleid mit mir. Mario Face Programmer. Kommt immer nach rein ins Loch. Mal gucken, ob's Sachen gibt, die mir nicht so hängen geblieben sind. Ach, das ist ein Vulkan. He, he, he. Jetzt werd ich sogar noch müde. Was soll denn das? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kommt man auf so eine Idee, dass so ein Metallklotz ein lachendes, ein weinendes Gesicht hat und in der Mitte, äh, das ist echt so, wie kommt man auf solche Ideen, so eine Fantasiewelt zu erbauen, zu erschaffen. Kack-Level, Atlantis-Kack-Level. Echt jetzt mal, richtiges Kack-Level. Das ist ja auch Kack-Level. Mit einer ganz schlimmen Indoor-Rutsche. Ach, das Level hier mocht ich auch nicht. Also wenn ich jetzt diese ganzen Level sehe, und ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ist Mario 64 definitiv nicht mein Lieblingsteil. Weil es auch viel Crap gibt. Jetzt so. Retro. Perspektiv. Retro-Stack-Tief. Nein, keine Ahnung, wie das heißt. Das ist das Wort, was ich suche. Ähm, gesehen. Ich glaube, dann spiele ich echt immer noch lieber entweder den Teil auf dem Such-Unitendo. Kack-Level! Absolutes Kack-Level! Ähm. Oder den ersten auf dem NES. Aber ich glaube... Ja... Der auf dem NES ist immer noch mein Lieblingsteil. Der allerallererste. Ohne viel Hack-Mack mit... Da gibt's ne... Einfach mal einen Stern, eine Feuerblume und das war's. Und einen Pilz natürlich. Grün und roten. Und das war's. Mehr gibt's da nicht. Oh, vielen Dank. Ende. Gern geschehen, Mario. Gern geschehen. Ja, meine lieben Freunde. Damit haben wir Mario64 gerockt. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Hallo? Kann ich jetzt nicht rausgehen? Alter, muss ich dafür echt das Spiel neu starten? Ja, dann kommt jetzt einfach nur noch ein kleines Bonus-Video hinten dran. Ich starte das Spiel nämlich neu. Denn ich hab doch bei 120 Sternen gespeichert. Also haut rein und wir sehen uns noch im Bonus-Video. Ciao, ciao! Wo ist denn der為什麼 wichtig? Okay, das war's. Vielen Dank.